So und damit auch willkommen in der lokalen Aufnahme. Glitchless Legendary, wir wollen auf Legendär rein. Wir sind in Delphi. Im jetzt vierten Segment in diesem Speedrun haben den Timer bei 12, 15, 37 und ich glaube 35 hundertstel waren es gestoppt. Erfahrung bis zur nächsten Stufe 287.522. Die Items wie folgt. Anexar Titus, Ladons Schlund, Siegelring des Hauptmanns, Bestienruferschleifenring, Geheiligter Kälte Ischachem, Brennusbrustplatte, das Reptilienwappen, das ich langsam mal austauschen muss, Amulett der Hygieia, die edlen gallischen Stiefel sowie ein dunkler Kern. Im zweiten Slot dann noch Skirons Dunk und den Eidolon-Panzer. Hier hinten dann Armschienen des Vorboten. Das wird wahrscheinlich dann die Reptilienwappen ersetzen. Sobald ich die 320 Stärke habe, Blau- und Drachenschappen brauche ich eigentlich nicht mehr. Genauso die Eiswand brauche ich eigentlich auch nicht mehr, aber ich habe sie noch gerade. Genau. Attributpunkte keine. Skillpunkte kann man auch nochmal sehen. Und dann geht's los in drei... oder eigentlich muss ich... muss ja erst starten und dann... Okay. So, da habe ich nix mehr... Möge Apollon. Gut. Das heißt, ich kann jetzt hier 8, 7 und den da aufsetzen. Okay. Habe ich die Nebenaufgaben mitgenommen. Trauernde Witwe habe ich. Ich habe aber nicht den gemacht. Okay, you know what? Ich skippe den. Die Trauernde Witwe brauche ich eigentlich nicht. Ich werde heute schauen, wie weit ich komme. Ich werde das Ganze ein bisschen mehr Risky spielen. Das heißt, weniger mitnehmen, mehr Rushen. Und ich habe... Also es ist jetzt gerade, wo ich es aufnehme, ist Dienstagabend um 20 Uhr, kurz nach. Ich bin normalerweise immer so von 20 Uhr bis Mitternacht noch wach. Und wenn ich abends streame, dann auch immer so circa bis Mitternacht. Das heißt, ich habe jetzt circa 4 Stunden. Und ich will einfach mal schauen, so... Ich sage mal, nach 2 bis 3 Stunden, wie weit ich bin. Ähm... Ob es im Bereich des Möglichen ist... ...dass ich... ...das durchkriege. Weil wenn ich in 2 Stunden, sagen wir mal, an Typhon vorbei bin... ...dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich es in 4 Stunden komplett durchschaffe. Aber das kommt jetzt eben darauf an, wie... ...schwierig... ...der Schwierigkeitsgrad legendär ist. Es war jetzt irgendwie klar, dass mir der Outsider progt. Weil ich den genau hier brauchen könnte und der jetzt schon fast abgelaufen ist. Ist das ein Toxeris? Ne, ist ein Motorknochen. Okay. Ich hatte gerade schon Befürchtung, dass das plötzlich ein Toxeris wäre. Alles klar, Jungs. Ähm... ...mach mal ein bisschen Auszeit gerade. Ähm... Okay. Bin mal gespannt, wie es jetzt... ...mit den Gorgonen-Schwestern ausschaut. Weil wirklich viel Schaden macht meine Bolzenfallen ja nicht mehr. Muss an der Stelle eigentlich nur schaffen, dass... ...Steno kommt, ohne dass... ...eine Medusa mit... ...progt. Äh... Actually... Habe ich Steno gesagt? Ich meinte Eureal. Actually sind die gar nicht so schwierig. Ich meine, die machen viel Schaden, wenn sie mal rankommen, aber... ...wie immer gilt, Kiten ohne Reue. Ich kann nicht glauben, dass... ... So... ...vielen Dank, aber wir müssen... ... 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 Soll ich es schießen oder nicht? Das ist eigentlich schon eher ein Nein. Alter, diese Menaden, ey. Die können einem so hart auf den Sack gehen. Okay, im Zweifelsfall hat man einfach noch Schildkröten gegen sich. Und wenn alle Stricke reißen, dann hat man immer noch die Hydra. Das Problem ist nur diese scheiß Schildkröten. Weil die Hydra wäre an sich kein Problem, die zu kiten. Aber die Schildkröten nerven halt, weil die einfach nur tankig sind und die ganze Zeit die Bolzenfallen killen. Ja, da sind die nächsten Bolzenfallen weg. Alles klar. Okay, die Hydra probieren wir nicht. Die Hydra lassen wir, die skippen wir. Heilige Scheiße ist die stark. Ja gut, was soll man erwarten von einem Legendary-Only-Boss, ne? Was soll man da erwarten? Hallöchen Latin, by the way. Und danke, dass du mich MrKäse92 nennst. So wirklich gecheased habe ich die halt nicht, ne? Das ist ja der Geruch nicht mehr. Alter, danke. Vielen Dank. Wenn ich jetzt nicht im Speedrun wäre und super kritisch auf die Zeit achten müsste, würde ich dich lockert auf den Time outen. Ich timehote mich da mal fünf Minuten. Ich hätte schon so eher an vier Stunden gedacht. Weißt du, wenn die Sprüche schon so kommen, dann würde ich auch dafür sorgen, dass wir heute in Ruhe ist. Was ist denn da? Im Chat aber null Echo. Es ist unter der Woche abends. Was glaubst du? Der Chat ist immer tot unter der Woche abends. Als ob da irgendjemand bei mir zuschaut, wenn 20.000 andere Streamer unterwegs sind. Außer dir. Da kann ich auf maximal zwei Zuschauer hoffen. Einer davon ist mein eigenes Monitoring und eventuell führt sich noch jemand rein. Einer davon ist mein eigenes Monitoring und eventuell ist mein eigenes Monitoring. Geheimnis. Aber das ist jetzt fies. Plus eins AAF oder... oder defensiv für die... für die Begleiter. Willkommen, Fremder. Vor langer Zeit. Xantripus mache ich, glaube ich. Das Grab der alten Könige nicht. Das hat mich auf episch schon fast umgelegt. Oder hat mich auf episch sogar schon umgelegt. Ich weiß es nicht. Ich hasse Mänaden. Ich bin so froh, wenn ich aus Knossos raus bin. Oder besser gesagt, wenn ich im Labyrinth bin. Weil ab einem Labyrinth gibt es keine Mänaden mehr. Ich bin so froh, wenn ich aus Knossos raus bin. So, und falls sich noch jemand fragt, warum ich Mänaden hasse, genau deswegen. Die haben auf legendär einen fieseren Slow als Limusse. Mit ihrer Giftwaffe und das will was heißen. So, ich glaube, ich nehme den Automatoi mit. Ich kann zumindest mal probieren. Wird herrlich in die Hose gehen, wahrscheinlich. Aber ich kann es zumindest mal probieren. Ich kann es schon mal probieren. Und wenn ich ganz normal bin. Ich weiß nicht. Ich kann es Cayenadern nicht mit. Aber ich kann es nicht so besser machen. Und ich kann es nicht besser machen. Okay, der kriegt Actually Schaden. Nicht so wie die Hydra. Aber gut, ich krieg halt auch Actually Schaden gegen ihn. Pyromantenreife. Rein prinzipiell kein schlechtes Item. Ich hab halt leider kein Int-Build. Timeout ist vorbei. Dafür, dass du während dem Timeout, den du dir selber gegeben hast, noch zweimal geschrieben hast, hat er sehr gut gehalten, würde ich sagen. Der kann, der kann. Chuck Norris kann auch beim Timeout schreiben, oder was? Oh mein Gott. Jetzt kommen sogar die lame Chuck Norris Witze. Was hat denn denn Widerständen? Durchschlagswiderstand, Blutungswiderstand, Lebenskraftschadenswiderstand. Alter, okay. Ja, ich denke einfach, das wird besser sein. Jetzt machen zwar meine... Jetzt sind mein Ding zwar ein bisschen schlechter. Ja, meine... ...fallen. Aber ich halte weit mehr aus. Alleiner Lebenskraftwiderstand wird bei Typhon eine Menge bringen. Von den 57 HP und den HP für die Begleiter müssen wir gar nicht reden. Da war der Skelettheld gerade. Zum Glück nur der General. Alles klar, natürlich sind hier vier Gegner. Ja, äh, alles klärchen, Jungs. Und natürlich sind das... Vier Frostfallen? Vier Frostfallen, okay. Warum aber das ist irgendwie absolut klar, dass ich viel Frostfallen kriege? Weil der Stier schneller umfällt, als man gucken kann. Okay. Gut, dass ich diese Frage selber beantwortet habe. What the heck? Wie schnell ist der bitte umgefallen? Ich dachte, der wäre noch lange nicht so weit. Wie müde. Wof, ist das Tor? Wof, ist das Tor? Oh, das ist doch gerend. Dich, der ist damals auch nicht genau das Thema. Der ist nur neig. Ich werde mich sehr gut wider. Ich werde mich sehr gut. Wie Ja, und sonst so? Der Feind kann nicht weitergehen, bis entweder alle vier Statuen oder der Himmelskanal hier tot sind. Da die Statuen mir heute nicht wirklich eine Freude machen wollen und schnell sterben. So? 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 Das hat gut genug Schaden Macht damit ihr... Junge! Machst du bitte für ne Damage! Oh ja, ne? 12.38. 20 Minuten circa gebraucht von Delphi hierher. Vielleicht lassen wir die mal kurz hier. Könnte helfen. Ich check kurz nach dem Schwert. Aber wenn ich es nicht schnell finde, dann bringt es nichts, das mitzunehmen. Herzlichen Glückwunsch, da haben wir es. Ist das nicht immer am gleichen Ort? Ne. Das ist nicht immer am gleichen Ort. Fick dich Spiel. Danke. Der Tilter wieder, ne? Zitter-Items. Ich liebe sie. Bester Bug im Spiel. Edle Waren. Ach, das ist alles? Es gibt ein paar Quests, wo die Gegner nicht immer am selben Ort stehen. Und das Familienschwert ist einer davon. Läufer im Wald im dritten Akt ist der nächste von der Sorte. Da hat er mehrere mögliche Positionen, wo er steht. Geht. Hat keiner gesehen Leute, hat keiner gesehen. Okay, Notiz an mich selber. Eventuell versuchen im Gift zu dodgen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich draufkomme. Habe ich so eine spontane Eingebung gehabt? What the fuck? Okay, andere Idee. Ich meine, es ist obviös. Ich habe minus 73% Gefühlerstand. Und ich habe keine Ahnung, wie ich an dem vorbeigehe. Da kommen soll, ne? So vielleicht. Boah ey, was ist mit dem denn? Ich frage rhetorisch, weil ich weiß, was mit dem los ist. Es ist nicht, dass der viel Schaden macht. Der macht den normalen Schaden, den man auf Legendär so macht als Gegner. Das ist normal. Was nicht normal ist, ist meine minus 73% Giftwiderstand. Das ist das, was mich gerade fickt. Nein, ist nicht mein Level, ist nicht mein Level. Es ist legit nur... Die Sache ist die, Latin. Level macht null Unterschied. Damage-technisch macht das keinen, absolut keinen Unterschied, ob du Level 1 bist oder 70. Du frisst die gleiche Damage vom Gegner. Das einzige, was einen Unterschied macht, wenn du ein höheres Level hast, ist die Tatsache, dass mit einem höheren Level du potenziell mehr Skill- und Statpunkte hast. Und mit mehr Skillpunkten hast du eben auch mehr Attributpunkte, was sowas wie HP gibt. Normalerweise tust du gar keine Attributpunkte manuell in Gesundheit bringen. Das heißt, mit 32, 32 bin ich auf einem Level, was nicht mehr ganz das Beste ist, was man haben kann von HP her. Aber ich bin auf einem Level, was früher mal das Beste war. Ne, 32, 32 war mal Max Level. Das heißt, mehr als 8000 HP hatte man auch im Casual-Bereich mit Level 75 nicht. Unterschied ist das Gier und was mit dem Gier enthält sich. Ich glaube nicht, dass die Sonnenscheibe groß was bringt. 93, ne, die ist von defensiven Werten her gleich gut. Energieentzugswiderstand. Ja, ne. Darfst du die 40er nicht nutzen? Inwiefern 40er? Darf ich schon nutzen? Ich war bis jetzt noch nicht auf 200. Also, ich komme nur aktuell nicht dahin, weil ich nicht genug Skillpunkte habe. Ich werde auch noch höher skillen. Es ist nur so, dass ich auf der Gaunerei keine Skills habe, die so hohe Skillpunkte rechtfertigen. Also, die das Thermometer... Die benötigen das Thermo... Also, die ich wirklich verwenden kann im Speedrun. Und die so ein hohes Thermometer benötigen. Wann geht da noch etwas? Ich glaube nicht, dass ich allzu weit über 50 hinaus komme, by the way. Also, so lang geht der Run nicht mehr. Jetzt ist die Frage, mach ich einen Abstecher in die Pyramide? Die Bestie lasse ich bleiben. Die Pyramide könnte ich theoretisch machen. Die Abendviertel mache ich mit. Guter Krieger. Da kann man relativ schön einfach reinpushen. Okay. 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 Wird ihr bitte verschwinden? Ich bin Erleichter. Ich bin Sasaman. Wollt ihr noch hinlaufen? Okay. Dornenschreien bringt mir bei den aktuellen... bei den vielen Dingen eigentlich gar nichts. Das da... Ich nehme Kufus Stab mit. Ich nehme Kufus Stab mit. Ich nehme Kufus Stab mit. Das da... Was ist denn das? Jetzt brauche ich noch 12, 16. Jetzt brauche ich noch 12, 16. Okay, der ist durch. Das heißt, ich habe den Stab. Das heißt, ich kann jetzt das da machen. Ich kann jetzt das da machen. Ich kann jetzt das da machen. Oh ja, ich habe eine Markierung. Äh, Traum-User nehme ich mal. Lieber nicht als Gegner. Dankeschön. Habe ich jetzt spontane Unlust bekommen. Oh ja. 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 Kiten ohne Reue. Ja, ich bin schon froh, dass gerade mein Outsider sich gedacht hat, ich schaue auch mal vorbei. Ohne den Outsider wäre das ein bisschen anstrengend geworden, denke ich mal. So. Dünenräuber mitnehmen, ja oder nein? Nehme ich Isnu mit oder nehme ich nicht mit? Ich nehme mit. Ich habe nicht vor. Einst ging ich... So, Isnu müsste irgendwo hier oben sein. Jo, da ist er. Das heißt, wenn ich von hier aus starte... ...und dann hier rüber gehe... ...müsste ich da rein pushen können, ohne dass ich große Probleme kriege. Sag mal Junge, wo willst denn du hin? Jo, und sonst so? 20 Minuten geroutet einfach. Ich meine, ich hätte die Manticore mitnehmen können. Ich meine, ich hätte die Manticore mitnehmen können. Aber irgendwie glaube ich, dass es besser ist, das nicht zu tun. Ja, der fällt ja richtig schnell um. Ich übrigens auch. Dieser Moment, wenn man kurz noch die Hoffnung hat, dass es gar nicht so schlimm ist. Ich sollte echt meine Giftwaffe respecken. Die bringt mir einfach nichts. Das ist ein Punkt da in der Giftwaffe, der einfach null bringt aktuell. Okay, ich merke nicht durch diese Giftwolke laufen. Könnte potenziell wehtun. Okay, Memphis. Ich habe keine Zeit zum Plaudern, ich bin zu beschäftigt. Ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Komm ruhig wieder. Entschuldige, ich fürchte das. Vermissten Bruder wollte ich euch gar nicht machen. Seher, ein mächtiger Krieger aus einem fremden Land. Ich bin sicher, du findest hier genau das, wonach du suchst. Element Schild ist eigentlich gar nicht so schlecht. Du bist immer willkommen. Aha, wenn unsere einige... Soll ich meinen auch? Bitte. Ja, alles gut. Na, das... Okay, knapp 600 Tränke. Okay. Ich muss mir tatsächlich... Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die ich machen sollte, ist mir die Quests nochmal alle anschauen, die es gibt. Und die permanenten Boni notieren. Damit ich weiß, welche Quests ich unbedingt machen muss. Kettenhalträger als Suchtmittel, das ist jetzt eine gute Frage. Okay. Ich glaube, für Typhon fress ich eine schriftvolle Element Schilds. Für Hades wahrscheinlich auch. Wenn... Die da überhaupt was bringen. Ähm... Bei Hades weiß ich nicht mal, ob die da was bringen. Ach du Scheiße, ich muss dann ja... Lampidos Trank machen. Also muss ich auf Legendär nicht unbedingt, aber... Will ich eigentlich schon machen, weil der Bonus ist halt schon gar nicht so schlecht für den Rest des Runs. Dieser Gegner hat mich da halt... Diese Nachtblume hat mich halt schon... Auf normal und episch einfach gewonshottet. Ah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wait, war ich ein Themen nicht... Ein Blauling? Ja, war... Alles kann rück... Es ist beschlossen. Auf Wiedersehen! Bitte! Bis dann! Du hast ihn... Okay, Level 49 kriege ich da noch 3 Stück rein. Dann ist der auf 10. Sollte ich spätestens bei Freya nach der... ...Ding bekommen. Freya nach... ...der Chimäre. Problem ist, ich muss den Riesen-Yeti mitnehmen. Sonst komme ich hier nicht durch. Geheimnis in den Bergen skippe ich. Das dauert zu lang. Verriegelt. Verriegelt. Mit. Vierde. An demes. An der Fenster. Vierde. Heieiei, so und jetzt wird es richtig lustig, ab Akt 3 zieht er die Schwierigkeit immer nochmal an. Das heißt, ab jetzt wird es einfach nur noch WTF. Wunderschön, auf jeden Fall. 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 Kann ich mich auf Level 50 vorarbeiten bis zum, bis zu Typhon. Das wäre jetzt ein interessantes... Alles klar, Jungs. Sonst ist die Schimäre nicht so sonderlich bekannt dafür, dass sie Schaden macht. Kann die Frostfalle da bitte langsam mal ein Geist aufgeben? Danke. Renn! Danke. Okay, ich krieg's wahrscheinlich jetzt doch nicht hin. Ja, und ich nehm' die Felder mit. Ein weiser Mann sollte sich auf den vor ihm liegenden Weg vorbereiten. Gute Reise. Anwender der Magie haben bestimmte Bedürfnisse, die ich befriedigen kann. Nun dann. Meine Vorräte! Mein Bauernhof! Bringt außerdem ein bisschen was an Kohle. Downside ist, dass die Schaden machen ohne Ende. So? Abonniert! Und an? Ja, schade! So? 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 So, so? Und ich eigentlich gar nicht so viel Trasharmot mitnehmen will, ich will eigentlich gar nicht so viel Trash clearen hier. Truly Legendary Gameplay, hey lord. Hab ich sie? Hab ich nicht. Du hast sie getötet. Okay. Ich hab circa eine Stunde jetzt heute verbracht und ich bin schon hier. Wenn ich in der gleichen Pace weiter durchziehen kann, dann kommen wir heute durch. Dann kommen wir heute durch. Ein Ding. Wie weit wollen die mir noch hinterherlaufen? Okay. Ich dachte gerade schon. So, da ist ein Yeti, da sind ein paar Yetis, ne? Also sechs Yetis habe ich jetzt gerade schon gesehen. Hast du eine Yeti? Ja, sechs Stück habe ich gerade gesagt. Dankeschön. Ihr seid gerade schon mal. Ich versuchte dich first auf. In der nächsten Seite. Gibt es noch mal! Das war's. Ja. Hier ist das, was der Name noch nicht drauf! Die Herrschaften hat dir? Du bist noch mal. Die Herrschaften hat sich direkt in. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Dませ, dass meine Frage ist es nicht drauf. Wenn das Gott den Namen sagt, das ist okay. Wow. So, jetzt ist die Frage. Da drüben sind sie genau. Äh, what the? Okay, let's go. Mal überlegen. Chang'an Enter kriege ich was. Ich kriege was vom Einsiedler-Magier. Ich kriege was vom Riesen-Yeti. Ich kriege was vom Peng-Problemen. Ich kriege eine Lektion in Sachen Verzweiflung. Es müsste reichen bis zum Dämonen-Bullen, dass ich Level 50 werde. Für Dämonen-Bullen, Dritten-Türkinen und Teifen. Dann geht's weiter mit Lampidos Drank. Einfach weil... Permabuff. Charons Ruder werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Noch ein bisschen XP rauszuholen. Ich kriege... Untertitelung im Auftrag des ZDF Ja, der Trap Decoy ist... Ich spiele nicht Decoy, aber ich spiele Trap, und Trap sind... Es sind besonders in der Hades-Region, Nakt 4, die sind so einfach zu schießen, wenn man die Bull Traps hat. Ja, der Trap ist nicht so einfach... Ich habe schon gesehen, Serberus mit Bull Traps. Es ist zu einfach. Es ist ein Russland-Titanquist-Tourney. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist es ein Speedrunning-Tournament oder ist es einfach nur ein Casual-Tournament mit wie How Far Can You Get? oder Speed Clear? oder whatever. Iron Man. Okay, ja. So, es ist ein mehr Challenger-Tournament. Okay. Because if it was a pure Speedrunning-Tournament, I'm pretty sure I should know about it. I can read the rules thoroughly. Yeah, but if you go for like an Iron Man setting, to me it's kinda obvious why you would ban the Bull Traps. Especially Illusionist, the variant that I'm playing right now. Didn't even factor that one in. Unser Befehl lautet... Ach du Scheiße! Ich habe einen großen Amarsch. Bitte hau einfach ab gleich. Ich habe keinen Bock... Den... Okay. Ja. Kann man machen. Okay. We get the experience from them. We get the guy that wants to die. We get some experience at Chang'an Enter. That should give us level 50. So I don't need the extras. Wir haben diesen Tag, wenn du auf der Straße... Du kommst an einem vielversprechenden Tag zu uns. Schau dir an, was wir zu bieten haben. Möge das Glück dich anlächeln. Wir verkaufen hier Dinge für die Anwender der Magie. Nicht für Krieger, in Ordnung. Wiedersehen! I don't get any good rain. 2, 3, 52. If I reach 52 and get some more skill points, I can actually use the additionals. For the Suvarion. Warum hast du mich vergeben? Ich fürchte... Ja. Ja. Chang'an Enter is level 51. Level 50. Everything after that adds up to reaching 52. It's pretty good. I won't do the terracotta mage. Ich bin der Krieger. Yep, that's it. Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Hand ver... Tschüss dann! Okay, Demon Boar. Haben wir automatic berserk. Do I go for the General? I think I can. I think I actually can. Oh. Oof. No. Ich bin jetzt da einig, einig. I hope I get the exit. I hope I get to use the exit, actually. Yeah, okay. Okay. There's the mage, and it's almost halfway to 51, that's good. I actually miscalculated, I need 53 to first get the... ...with the final skill. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Yep, let's play it safe and use a scroll BAM insta kill That was a clean headshot if I ever seen one That was a sweet headshot if I ever seen one That was a good idea You can't choose one All right Here you are Your own Do what? That was a great idea I did Ja, btw, das enemy ist 30 levels above me. Yeah, well, good that this enemy doesn't deal any damage. Willkommen im J- Du kannst diese Tür nicht öffnen. Yeah, okay, let's just run. No use playing against the terracotta. Ich glaube, ich kann auch wieder auf Deutsch wechseln. Ah, btw, 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 btw. So. Den da. Alter, die terracotta halten aus, ey. Ja, ähm. Das war irgendwie klar. Ab dem Punkt, wo ich einmal stehen geblieben bin, war klar, ich bin tot. Und bei dieser Engstelle werde ich jetzt wahrscheinlich nochmal sterben, weil die werfen jetzt immer. Wie gesagt, da werde ich noch ein paar Mal sterben jetzt. Das kommt jetzt komplett auf Glück an, ob ich hier durchkomme oder nicht. Diese Engstelle ist jetzt komplett luck based. Nein! Ich hätte rechts den Wegpunkt mitnehmen sollen. Okay. Eine Sache, die ich normalerweise nicht mache, rechts den Wegpunkt aktivieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt da rankomme. Ja, let's do it. Okay. Die schlimmsten Choke Points sind überstanden. Das Problem ist, der Olymp. Der Aufstieg zum Olymp. Der wird mich sowas von nerven. Toxos, bist du das? So wie der sie bewegt hat? Wie viel Feuerwiderstand habe ich? Neun Prozent. Alles klar. Ich hätte ein Sonnenschild aufheben sollen. Für Surt fällt mir auf. Warum zum Henker habe ich keinen? Nicht dein fucking Ernst. Alter. Das glaubt mir doch keiner. Gut, dass ich es aufs Video habe. Wenn ich es nicht aufs Video hätte, würde mir das keiner glauben jetzt, oder? Bitte was? Dieses Item soll selten sein. Das ist eins der seltensten Items im Spiel. Dann rauszu. Way Alter, das haut mich gerade so aus den Latschen, dass ich zweimal sterb dafür Weil ich einfach nicht drauf klarkomme Und für alle, die sich fragen, was los ist, das ist die fucking Adamantzichel des Kronos Der hat die noch in der Hand, das heißt, der droppt sie gleich Latin, ich mache in diesem Run drei Durchläufe durch das Spiel, ne? Zwei von diesen drei Durchläufen haben die Sichel des Kronos gedroppt Das ist eins der seltensten Items im Spiel Es ist die fünfte Sichel des Kronos, die ich in Speedruns bekommen habe Gegenüber null im Casual Gameplay Kortslück Plus Weil Sichel des Kronos eines der Items ist, die nicht von Loot Plus beeinflusst werden Das ist die ganze Zeit, die nicht von Loot Plus beeinflusst werden Das ist die ganze Zeit, die nicht von Loot Plus beeinflusst werden Das ist die ganze Zeit, die nicht von Loot Plus beeinflusst werden würde ganz gerne einfach mal checken wie viel daran habe hier noch hat also Warum schreist du auch so, wie er ist, sorry. Ich dachte es mir schon fast, ja, ja, nee, ich könnte kotzen. Jetzt wird es ungemütlich, weil jetzt ist es fast unmöglich, noch zu Teifen raufzukommen. Genau deswegen, okay, ich muss die 20 Minuten opfern, die es mir jetzt dauert, mir den Weg freizuräumen. Es ist scheiße, aber muss ich machen. Und Teifen würde ja Full-Life sein in der Zwischenzeit, weil der sich einfach hochreckt. Das einzige, was ich hoffen kann ist, dass ich in der Zwischenzeit nicht auf, dass ich nie also runtergehe von meinem Leben her, eh nicht von meinem Leben, von meinem XP her. Wenn ich ein halbes Level verliere an XP, an XP-Decay. Ja, war klar. War klar, dass ich nicht zum anderen Lebensschreien komme. Schaut euch an, wie viel XP ich verliere. Pro Tod. Das ist so viel wie ein Nebenquest. Ich verliere einfach ein komplettes Nebenquest. Und muss dann zum Schreien laufen und hoffen, dass ich rechtzeitig am Schreien bin, weil das einzige, was ich dann machen kann, ist das hier. Und dann kriege ich einen Teil davon zurück. Das heißt, ich muss hoffen, dass ich nicht runterdecaye. Dammit! Batsch! Aber ich komme an, ich muss diesen Minotaurant killen, weil ich an den... Ähm, Tiger. Spiel das Ganze mal ein bisschen schlauer eventuell und mach deine HP an, bevor... Bevor du zu dem rennst. So, und dann kitest du ihn durch und dann ist er tot. Meine Fresse, ey! Wie dumm kann man sein? Ja, und dann geht das hier wieder los. Ach, da ist noch ein großer. So. Ja. Ich hab offensichtlich R gedrückt. Gut, bringt mich aber nicht weiter. Es war kein glitchy Behaviour. Okay. Und jetzt komme ich durch. So. Und Typhon ist full life, ne? Oh, nicht mal. Gut, der wird... Der wird wieder full life, sobald... Ich... Ich muss jetzt konstant rennen. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt den Live Leech ziehen kann, ohne dass der was dagegen macht. Richtig. F***. F***. Das ist das, was ich nicht sehen will. Das ist das, was ich nicht sehen will. Das ist das, was ich nicht sehen will. Come on, medium range. Das war's. Das war's. Ich habe mich gerade selber gekillt. Ich hoffe nicht. Ich habe mich gerade nicht. Ich hasse Typhon. Gut, das beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit. Das will ich jetzt nicht... Das will ich jetzt gar nicht so tun, als wäre das nicht der Fall, aber... Ja. Das war richtig. Ich muss echt was gegen meinen niedrigen Giftwiderstand tun, ey. Ich brauche echt mehr Giftwiderstand. Typhon hat eine Giftattacke. Die ist scheiße schwach von ihm. Da habe ich immer gesagt, der bellt nur, der beißt nicht, wenn er die gewünscht hat. Und jetzt hat er mich gerade gewonshottet. Woa. Junge. Du hast mir einen Gefallenen, machst jetzt langsam mal deinen Danke Boah, ich saß jetzt 10 Minuten an diesem scheiß Typhon Sei gegrüßt, mächtiger Held Ich bin... Sabbel nicht, Zeus Ich hab noch was vor heute Boah Durchschlagswiderstand, Feuerwiderstand Es wird gesagt Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest Bis dann Ja, Ron ist nicht zu Ende Richtig Okay, was brauche ich jetzt noch Ich brauche Lampidus Trunk Ganz wichtiger Ganz wichtiger Nebenquest Auch wenn sie mich wahrscheinlich wieder killen wird Weil Nachtblume einfach Komplett OP Die schießt mich ins Jenseits Die schießt mich ins Jenseits Die schießt mich ins Jenseits Das Siegel kann ich mitnehmen Das Siegel der ersten Apox ist Hoffe ich zumindest, dass ich das kann Ich weiß nicht, wieviel Schaden die Formessiden machen Schreinder Meisterschaft hilft da schonmal Ich weiß nicht, wieviel Schaden die Formel Ich weiß nicht, wieviel Schaden die Formel Dann können wir uns jetzt One-Shotten lassen Oh, das ist geil gleich Ich habe so Bock auf die Nachtblume Das wird sowas von lustig gleich Okay, ich brauche nicht mal die Nachtblume dafür Ich falle einfach so um Ich weiß nicht, wieviel Schaden die Formel Ich weiß nicht, wieviel Schaden die Formel Ich weiß nicht, wieviel Schaden die Formel hätte ich ehrlich gedacht nicht gesagt hätte ich ehrlich gedacht nicht gesagt ja hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht dass ich hier durchkomme ohne zu sterben ok das heißt den habe ich den habe ich was fehlt denn da noch aphodil fehlt noch ja nur aphodil ok die drei items hätten wir die frage mache ich kalixia kann ich nicht machen ich habe den kann sie nicht rufen ich habe das quest nicht angenommen das heißt kalixia wird geskippt ich nehme die grauen schwestern direkt hier Es kommt etwas. Was? Ein sterblicher. Ein lecker Wissen. Ich kann ihn riechen. Oh, was für ein schöner. Irgendwie das Gefühl, dass auf diese Art und Weise sehe ich nicht allzu viel. Oh, fuck. Das ist das, was ich nicht wollte. Du kannst diese Tür nicht öffnen. No, we are stuck. Oh, fuck. 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 Ich vermute diesen Anti-Fallenskill von Banditen kann sie nicht haben. Also, kann sie schon haben, aber das würde nicht erklären, warum sie so wenig Schaden nimmt. Weil der Anti-Fallenskill nur die Damage gegen Fallen erhöht, nicht die Damage verringert, die man von Fallen bekommt. Und. Okay. Du hast es. Hier ist dein Trank. Es ist dir nicht leicht. Versuche einmal mit all diesen Frauen zu verhandeln, die dich in eine Maus verwandeln können, wenn ihnen etwas nicht passt. In Ordnung. Ich sehe. Ich werde die Klassenbeste. Lampi, das Trank habe ich. Lampi, das Trank habe ich. Deine Reise. Okay. Gut. Weitere Nebenquests. Atmetos bei den Toten bringt mir nichts. Sie kamen schnell und mit großen... ...Trieger, kannst du uns helfen? Parzoron bringt mir nichts. Parzoron, clear. Ich meine, obviously, alle Sachen, die ich sage, bringt mir nichts, bringen mir Erfahrung. Und Erfahrung könnte ich theoretisch schon brauchen. Aber ich bin in einem Status, wo die Level-Ups jetzt nicht mehr allzu viel ausmachen an der Stelle, weil ich sowieso nicht mehr viel hinten raus spiele. Das heißt, wenn es rein um die Erfahrungspunkte geht, muss ich nicht mehr unbedingt alles mitnehmen. Ich glaube aber dennoch, dass ich Charons Ruder mitnehmen sollte. Das kann mir durchaus helfen. Heißt natürlich auch, dass ich den Typen befreien muss, aber das Befreien geht relativ schnell und Charons Ruder kriege ich for free mehr oder weniger. Das heißt, es kostet mich so gut wie gar nichts. Außer vielleicht mal kurz mein Leben. Ja, Heilig. Ja, Glückwunsch. Ah, wobei 20% Elementwiderstand, ne? Ah, for the most part wird der hier besser sein, aber ich halte den da, weil für manche Bossfights werde ich den Elementwiderstand einfach brauchen. Charon maybe not. Halte Anstand, oder du wirst verdichtet. Ach so, was ich? Hm. Ja, gut, und sobald hier einer dieser Geister rauskommt, macht es Aua. Solange nur diese Wasserbälle fallen, ist alles in Ordnung. Die kann ich tanken. Ja, gut, und sobald hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ganz ehrlich, so wenig HP, wie ich habe, ist das absolut gebraucht. Im Augenblick kannst du die Tür nicht öffnen. So, Ruder abgeben. Du hast Hipparchus be- Ich habe sie gesehen. Okay, Bestie, wie war das oben links beim dritten, vor, genau, nach dem zweiten, nach dem zweiten nicht den Malenweg folgen, sondern durch die, durch die Brücke unten und ja, ein Aua. Die wird zwar ein bisschen nervig werden, diese Bestie, aber zum einen bringt es mich fast und das Level Up, das ich brauche. Wir brauchen tue ich es nicht, aber das schon nochmal gut ist. Und zum anderen sind es Boni-Perma. So, hier oben. Ja. Achtstärke in Geschick. Ja. Auch das ist eigentlich ein Bonus, wo man jetzt sagen könnte, brauchst du nicht mitringend, aber... Gerade in Sachen VQ nehme ich alles mit, was ich kriegen kann. So, was haben wir sonst noch so an möglichen Nebenquests? Ja. 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 Ich kann noch eine, ich kann noch eine Sache mitnehmen. Kann ich sogar so machen und später abgeben, ja. Da muss ich jetzt nicht komplett zurücklaufen. Noch so eine Nebenquest, die ich auf Normal nicht mitgenommen habe. Obwohl sie eigentlich gut accessible ist und permanente Boni gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Fast in die falsche Richtung gelaufen. Tal der Klagen und ich fange auch bald das Jaman an. Da vorne kommen, kommen die lieben, netten Machai. Tiger kriegt Brechreiz und drei, zwei, eins. Boah. Was ist denn da los? Es waren noch drei Helden, ey. Tiefe Höhlen sollt ihr vielleicht doch hier unten gehen. Äh, dahin. Vor dem Krieg der Ul... Die Asche... Ja. 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 So. Zwei weitere Fähigkeitspunkte. Und das... ...da oben. Wenn ich da noch ein paar Skillpunkte reinfeuern kann. Dann wird... ...die Nymphe verdammt stark. Weil das einer der besten CC Spells ist, den der Naturbaum tatsächlich hat. Mittlerweile... ...müßte sogar der beste CC Spell sein, den der Naturbaum hat. Mittlerweile. ... ... ... ... ... Okay, Turm des Gerichts. Ha 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 ha! Hallo Giftwiderstand, schön, dass es sich auch gibt. Das ist der Ring, auf den ich gewartet habe. Ich brauche nur Level 53 jetzt für den, mehr nicht. In der Zwischenzeit kann ich mal schön gegen Macha sterben gehen. Klingt weniger als es ist. Naja, Belagerungsläufer kann ich mitnehmen. Das ist actually noch eine Nebenquest, die ganz gut geht. Ich weiß nicht, ob ich einen Bisketos habe. Ah, das wird wahrscheinlich nix bis Bisketos. Maybe. Banditenfürsten werde ich nicht mitnehmen. Spätestens Liebe geht durch den Magen, müsste ich es haben. Also den größten Teil vom letzten Akt wird er mir noch aushelfen. Wahrscheinlich werde ich beim Turnaround sterben. Nicht mal. Warum sind die Machai so einfach? Hey Kerberus, wie geht's dir? Darf ich mal anmerken, dass es einer der schlimmsten Giftgegner, die es gibt? Ich liebe Kerberus mit Bolzen fallen, das ist so geil. Kerberus ist einfach so angenehm. Leben, das Heldentum endet nicht mit dem Leben. Schon wieder ein Symbol des Polimod. Große Taten, wie schon immer. Geh voller Glanz. Willkommen. Mut, Held. Ah. So, Belagerungsläufer sollte mich fast auf halbes Level bringen. Ohne meinen Waffen. Wir wollten diesen kriegen. Diese Belagerung. Und ja, ich nehme die Belagerungsläufer mit. Das Gute an den Belagerungsläufern ist, die sind ziemlich groß und du kannst die Bolzen fallen unter sie verschmeißen. Das heißt, die gehen relativ einfach down. Problem. Hier sind eher diese Gegner. Ich hatte gerade noch die Hoffnung, dass ich hier noch einmal auch das andere Nebenquest mitnehmen kann, weil dann könnte ich sogar mit Hades das Level 53 erreichen. Ist da noch einer? Ne, da ist keiner mehr. Das heißt, das ist der vorletzte und der letzte ist im unteren Abschnitt, genau. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier die Belagerungsläufer abgeben. Kann ich hier noch schnell drei Fallen hinwerfen. Kann ich hier die Furien down gehen und hier einen Laufweg habe. Du hast es uns... Du bist durch und durch. Seit der Schlacht, die Peltasten können den Dämonen... Das sind wahrliche... Flucht des Booten nehmen wir mit. Und die Defensive oben nehme ich nicht mit. Das geht sowieso nur schief. Ja, ich kann hier den Pass nicht machen, oder? Ja, genau. Ich kann mit dem nicht reden, weil ich unten die Quest nicht angenommen habe. Das ist aber vollkommen fein. Wenn du es tatsächlich schaffen solltest, in der nächsten Viertelstunde Hardest zu legen. Das ist tatsächlich durchaus möglich. Dann hätte ich eineinhalb Stunden, die ich heute noch Zeit habe, um den Run zu beenden. Ja, es kommt nochmal Typhon. Ja, ganz ehrlich... Ich sollte vielleicht die Klappe halten, bevor ich jetzt irgendetwas Falsches sage. Und dann den nächsten One-Shot kassiere. Aber ich glaube, die Tendenz, die ich gerade einschlagen wollte... Die kommt rüber, oder? Gut, dass du hier bist, Held. Mein Trupp hat es bis zu den Augen. Als Hadek wir haben von einem Geheimnis erfahren. Ah, das Generäle und die Rebus-Kostelle, right? Ja, right. Würde ich auch sagen, dass mich der getroffen hat. Ist tatsächlich ein bisschen tankiger, als ich es erwartet hätte. Ja. 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 Na, kraj. jetzt ist jetzt steht er gerade genau da wo ich ihn haben will jetzt nimmer oh shit ja ich habe keine ahnung wo das herkam ich habe nicht gesehen dass er den geworfen hat verzeihung könnte mir noch mal drüber reden das hat man legend nicht gesehen dass da was geworfen wurde alles klar alles klärchen leute ist in ordnung sehe ich genauso was wurde ich nie getroffen von diesem scheiß teil ok offensichtlich wurde ich von dieser attacke nie getroffen wenn ich davon schon mal getroffen worden wäre dann hätte das auch gemacht jetzt wir sind wir sind ganz Ja, lauf! Oh, sch- What? Okay. Sorry, dass ich gerade so reagiere, aber ich weiß nicht, ob man das im Video gesehen hat oder im Stream. Ich hatte einen Ruckler und das nächste, was ich gesehen habe, war, dass ich neben Teifen stehe. Und der einfach mich killt. Ich hatte legit ein Standbild. No way. No chance, da rauszukommen. Ich kann nicht mehr, dass ich nicht mehr was, das sieht mehr. Ich kann es nicht mehr, was ich nicht mehr so weit tun, was ich dir machen lassen. Es ist mir ok. Das war's. In der einfachstehung. Ich kann es nicht mehr so weit Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Okay, vielleicht komme ich um halb bei Hades an. Äh, das war ein bisschen doof. Die nächste Tür wird potenziell ungeil. Ah ne, die ist offen. Ach ne, die ist offen. Batsch, tot. Ja, Tiger. Was lernen wir daraus? Nicht die Corners so cutten, dass du deine Dinge nicht mitnimmst. Dann wieder Überlebungsschreine. Weil dein Weg bis hierher hätte ich mir sparen können, wenn ich das gemacht hätte. Ich habe gerade Ledged einfach surrendered. Die zwei Minuten, naja, eine halbe Minute eher. Was? Alles klar. Offensichtlich. Ja. Sehe ich genauso. Offensichtlich. Da hast du auf jeden Fall recht. Alter, darf ich noch? Darf ich da noch durch? Das ist halt komplett Gatekeeper gerade. Was absolut reudig ist, weil das nimmt mir jegliche Chance, tatsächlich noch Level 53 zu erreichen. Ja, ich kann Level 53 vergessen, so oft wie ich gerade sterbe. Keine Chance mehr. Level 53 bin ich jetzt endgültig los. Ich erreiche nicht mal meinen Spieler-Grab. Ich habe nicht mal eine Chance, zu meinem Spieler-Grab zu kommen. Da vorne ist ein Wiederbelebungsschrein. Ich konnte die komplette Scheiße umgehen. Aber ich hatte nicht das Glück. Na gut, er hat noch nicht mal. Alter. Wenn ich jetzt bei dem auch noch sterbe. Bei der Tür. Okay. Puh. Aber genau das ist das, was ich meinte. Wenn du auf legendär an einer Stelle gewollt wirst und nicht mehr weiterkommst, dann hast du keine Chance aufs nächste Level abzukommen. Dann musst du, dann hast du praktisch alles verloren, was du in XP in diesem Level gesammelt hast. Egal wie viel es ist. Und das ist sowas von nervig. Und genau deswegen spiele ich jetzt den Namen Push. Ich muss jetzt bis Typhon vor den Namen Push spielen. Immer schauen, dass ich nicht zu viele Gegner auf einmal kriege, wie hier jetzt gerade. Okay, selbst bei wenigen Gegnern falle ich einfach um. Die Ratio von dem was man bekommt, wenn man einen Gegner killt, im Vergleich zu dem was man verliert, wenn man stirbt, ist halt auch phänomenal, ey. Ich muss jetzt den Namen Push spielen, weil wenn ich da vorne irgendwo sterbe, dann... Ach so. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achso Ich meine, das sieht jetzt komplett lahm aus Und es ist auch komplett lahm, ne? Da will ich euch gar nichts vormachen Aber Aber es muss leider sein Ja, wenn ich die Gegner da vorne stacke Und dann gegen Hades sterbe Dann komme ich hier nie wieder durch Also entweder mache ich es jetzt gerade Oder ich mache es nachher Und so habe ich nach Murphy's Law Wenigstens noch die Möglichkeit Dass ich hartes First Try schaffe Naja, weil Dann kann mir das Spiel jetzt sagen Guck mal, hättest du ja gar nicht alles killen brauchen Guck mal, hättest du ja gar nicht alles killen? Guck mal, hättest du ja gar nicht alles killen? Guck mal, hättest du ja gar nicht alles killen? Ja Da will ich auf jeden Fall hin Hm, Herren der Nacht macht so viel Spaß Wobei tatsächlich die Herren der Nacht Der einzige Gegner hier auf der ganzen Breite ist Den ich nicht killen muss Sag ich den Titanen da weg hab Alles klar Alles klar, wir sind durch Hades Für deinen Hochmut wirst du zahlen Die ersten zwei Phasen, wenn ich aufpasse, sollten locker gehen Ich bin irgendwie auf teils Wir können hier obstrufen, bevor ich mich aufsteh Ja Ich bin 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 Das war's für heute. So haben wir nicht gewettet, Junge. Bleib in den Bolzen fallen. Warum? Warum? Im Augenblick kannst du die Tür nicht öffnen. Junge, so haben wir nicht gewettet. Bitte Bleib in den Bolzen fallen einfach, die machen noch viel mehr Schaden als ich. Das doofe an Hades ist, dass er sich normalerweise regeneriert. Das heißt, im Normalfall heißt es jetzt, dass ich die dritte Phase nochmal machen muss. Ich hatte sie zwei Drittel down. Bräuchte absolut dringend so circa eine Stunde Zeit. Für den letzten Akt mehr ist es nicht, was ich will. Ja, natürlich hat er sich regeneriert. Hey! Da hinten sind die Bolzen fallen, die sind deine Gegner. Ja. 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 Das ist halt das Problem, sobald er eine Welle raushaut, bin ich im Arsch. Sobald er mich mit einer einzigen Welle trifft, bin ich im Arsch. Das ist das einzige, was ich versuchen kann. Das ist eventuell meine Rettung. Wenn das offiziell Lebenskraftschaden ist, dann kann ich damit eventuell das Ruder rumreißen. Ich hoffe, dass ich nicht gewollt werde. Bitte nicht die nächsten 20 Minuten mich einfach wollen. Wenn ich jetzt 20 Minuten lang an Hades verrecke, dann habe ich keine Ahnung, ob ich es überhaupt schaffen kann, heute durchzukommen. Das sieht gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 So, und ich habe jetzt keine Chance mehr Sobald ich jetzt eine Falle werfe Im gleichen Moment Wie der So eine Welle rauslässt Bin ich tot Und er kann diese Wellen fast ohne Cooldown rauslassen Und er kann diese Welle rauslässt Und er kann diese Welle rauslässt Halleluja! Ja, das Problem ist die ganzen Tode. Ich hätte jetzt gerade Level Up haben können. Ich könnte jetzt ein Level Up haben für 53. Ich habe genug Nebenquests mitgenommen, um jetzt ein Level Up zu kriegen für 53. Aber ich bin 20 mal verreckt und dementsprechend habe ich halt leider ein halbes Level verloren. Junge, wie ich sehe, war mein Vertrauen. Als wir von der Vereinigung... Sei gegrüßt, Burger. Ja, mein Freund! Komm, mein Freund! Schau dir die feinsten Waren in der besten Handelsstadt Griechenlands an! Sei gegrüßt! So, Ketos ist... ...relativ nett zum Glück. Ketos war immer relativ gut machbar. Mal überlegen. Ich krieg den Abschluss von Ketos... ...Erfahrung. Ich krieg bei Liebege durch den Magen Erfahrungen. Okay. Ich krieg den Sitzel zu dir aus. Um человека zu strecken. Wie lange nicht werfen. Das ist doch, was ich könnte sagen. Ich kriege den Sitzel zu machen. Du meine Tatsache. Okay, hast du... Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Wagen ist um ein Haar mit meinem Stand kollidiert. Was sagt man dazu? Danke. Die Tritonen... Du bist es wirklich. Ah. Lass dich aus. Ah lallee. Jetzt geht das wieder los. 7 bis 13 Kältestaden zur OP der Ring. Ja, das ist übertrieben. Ich schlitz dich aus. Okay. Schau ich mir nach dem Run an. Was? Bin tot. Hätte nicht gedacht, dass es mich tatsächlich einfach so umknatzt, aber... Oh, bitte sag mir nicht, dass ich jetzt da rauskomme. Ja, und... ...alles klar, Leute. Alles klar. Ich konnte kotzen. Weiter geht's. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Liebe geht durch den Magen tatsächlich mir noch genug XP gibt. Das heißt, an und für sich bräuchte ich noch eine andere Quest wahrscheinlich. Bei der ich wahrscheinlich wieder ins Gras beißen werde. Ah, ein Kunde. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich muss mich damit abfinden, dass ich bis zum Ende des Runs nicht mehr Level 53 erreiche. Ja, wäre dir sehr verbunden, wenn du tatsächlich laufen würdest. Ja, danke. Da habe ich schon mal drüber geredet. Jetzt geht die gleiche Scheiße wieder los, weil ich zu blöd bin, irgendwelche Dinge mitzunehmen. Irgendwelche Wiederbelebungsbrunnen. Das heißt, ich muss wieder hier an dieser Stelle stehen. Und ich muss wieder an dieser Stelle schauen, dass ich es irgendwie schaffe, in dieses Portal reinzukommen, ohne zu sterben. Sorry, wenn ich am Ragen bin, aber manchmal... Es ist meine eigene Dummheit, ne? Es ist nicht so, als wäre da draußen Wiederbelebungsbrunnen oder so, den ich nehmen könnte. Ne? Ach, guck mal, was ist das denn? Oh, ein Wiederbelebungsbrunnen. Wie kommt der denn hier hin? Weißt du, und dafür sterbe ich zweimal. Weil ich zu blöd zum Eierlegen bin. So. Was ist das? Das war das Ahnenhorn, das mich gestunnt hat. Ich denke mir noch, okay, ist kein Thema, den kannst du ja dodgen. Weißt du, ich versuche dreimal, ich versuche jetzt zum dritten Mal in Folge, diesen Scheiß... ...Netzwerfern auszuweichen. Aber die Netzwerfer sind nicht das Problem. Weil mich der fucking Hauptmann einfach stunt. Und das ist leider auch kein Pack, das ich einfach so clearn kann. Und ich renne rein in den. Wie blöd bist du, Junge? Ja, holy shit, wie blöd bin ich eigentlich, ne? Asaraxxas, vielen Dank für den Resub. Und einen wunderschönen Dienstagabend, ihr willkommen im Stream. Hoffentlich läuft es bei dir besser als bei mir im Run gerade. Wobei, das ist nicht halt so schwer. So. Sag mal. Den wollte ich jetzt, oder? Den Tod. Das ist... Das kann mir jetzt keiner erzählen, dass das nicht Absicht war. Also, bewusst war es unabsichtlich. Aber mein Unterbewusstsein muss das komplett mit Absicht gemacht haben. Ich stelle mich neben den hin und bleib stehen. Ja, was passiert da wohl? Das ist jetzt sicher... ...ein ganz neues Konzept, dass man da eventuell sterben könnte. Ich muss nur zum nächsten Brunnen kommen. Okay. Alter, ich habe schon wieder ein halbes Level verloren. Ernsthaft? Ich war hier... Ich brauche jetzt drei Quests? Ich brauche wieder drei Quests, um aufs nächste Level abzukommen. Ich war so weit, dass ich nur eins brauche. Wenn drei Quests überhaupt reichen, ich glaube, ich brauche vier. Und vier kriege ich bis zum Ende des Runs nicht mehr hin. Ja, Fremder. Unser Kurs führt nach Norden in die keltischen Länder. Es wird eine lange Reise sein, aber wir könnten wohl einen fähigen... Es ist einfach nur scheiße. Ich glaube nicht, dass ich hier Erfahrung kriege, oder? Willkommen, Krieger. Oh, ich kriege sogar Erfahrung. Aber da brauche ich fünf davon. Von diesen Boosts. Von den Erfahrungsboosts brauche ich fünf, damit ich das Level abbekomme. Hey, du. Hey, warum du? Eieiei. Ich glaube zwar nicht, dass ich auf dem nächsten Abschnitt sterben kann. Aber lieber mal den Bebelüberlebungsbrunnen mitnehmen. Am Ende werde ich jetzt random von irgendeinem Wildschwein geworden schottet. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh oh, oh. Oh, oh. Alles klar. Das war, by the way, ein Hit. Den ich da gerade abbekommen habe. Das macht Freude. Das macht Freude. Hei, hei, hei. Ach, ich, ja, in Ordnung. Auf Wiedersehen. Alles klar. Okay. Da gibt ein Nebenquest einfach mal 325.000 Erfahrungen. Ich will das jetzt mal nicht hinterfragen. Das ist wieder mehr Sterben, um das Level abzuverhindern. Schnauze. Das war's. Das war's für heute. Deine Reise endet hier. Das war ein Fehler. Tökelt ihn! Okay, Lemberg muss, äh Glauberg ist jetzt gut erreichbar. Das ist die Frage, kann ich den Imker, müsste ich eigentlich spielen können. Den Imker müsste ich spielen können. Den Jungen lasse ich bleiben. Da bist du ja. Du stehst. Ich habe gesagt, den Jungen lasse ich bleiben. Level Up, ja, wäre jetzt gedacht, es ist nur noch möglich. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Ja, ähm, daran denken, mit dem muss man zweimal reden. Oh, kehre zurück, wenn die... Willkommen im Nehmeton, Fremder. Hier wollen wir mit unseren Göttern kommunizieren und ihre Zeichen interpretieren. Aber du suchst nach praktischeren Anwendungen unserer Wagen. Mögen die Mütter auf dich hinablächeln. So, ich werde trotzdem mit dem Imker reden und ich werde mal schauen, ob ich das Quest vom Imker gescheit machen kann. Äh, hallo. Ich meine, mich haut es sowieso gleich auf die Fresse, weil da wieder Insekten sind. Die Insektenschwärme sind das Geilste an diesem Spiel. Es gibt nichts Geileres in diesem Game als die Insektenschwärme. Wer auch immer die ins Spiel gebracht hat, verdient einen Orden. Es macht so viel Spaß, von etwas gekillt zu werden, wo man nicht mal sieht, was es ist. Ich hab nicht mal gesehen, dass da wieder einer ist. Ich stehe neben dem Insektenschwarm offensichtlich. Ich kann das Spielagrab nicht aktivieren. Offensichtlich war ich neben dem Insektenschwarm gestanden. Äh, ernsthaft. Ich hab noch circa eine Stunde. Für heute. Wer liegt das? Ich hab Skargegner. Das sind nicht mal Skargegner, das ist einfach nur nervig. Armin, es sind Gegner, die siehst du nicht. Du hast keine... Da oben waren drei Stück, drei Insektenschwärme. So, herzlichen Glückwunsch. Hat ihr von euch einer gesehen? Wahrscheinlich nicht. Da sind welche. Direkt vor mir. Es macht einfach keinen Spaß. Das sind einfach nur Gegner. Die sind nur da, weil sie scheiße gefährlich sind. Falls ihr euch fragt, wo die, äh, gerade drauf bei Landbolzen fallen. Ihr ratet richtig, Insektenschwärme. Weil dummerweise haben die auch 20 Millionen Durchschlagswiderstand. Da geht ein Bilvis down und die wütenden Wespen nebendran denken sich, ich kratze mir am Arsch. Nein, 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 nein. Und dazu kommt dann noch die Scheiße, dass die halt tatsächlich Schaden machen. Und das nicht zu knapp. Da hast du gerade zehn Bilvis vor dir gehabt. Die machen nicht so viel Schaden wie drei Insektenschwärme. Wie soll denn das balanced sein? Ich frage mich, warum ich gerade überhaupt versuche, hier den Ding zu holen. Äh, das Nebenquest. Mensch, mein Teich, hilfst du mir noch, hilfst du mir noch einmal? Die sehen, ja, die sehen, ja? Achso, ja, Fähigkeitenpunkt. Das ist ja tatsächlich sogar was Nützliches. Ein Dringling. Ein Dringling. Ich werde dich fressen. Ja, guten Appetit, würde ich sagen. Für die Göttin. Für die Göttin. Ein Opfer. Für die Göttin. Für die Göttin. Das Hauptproblem hier sind wieder mal die Nertus-Schamanen. Ja, je war es gewesen. Nein, pope ist er. Manciamo so. Ey, voll am Abschmatzen der Junge. Ach ja, komplett vergessen. Die Nixen haben ja auch wieder... Ich werde dich fressen. Ein Opfer für die Götten. Für die Götten. Das ist manchmal so geil, ne? Da kommen Fähigkeiten, die dich 20 Millionen Jahre am Boden fesseln. Der routet mich und die einzige Möglichkeit, wie ich diesen Rout brechen kann, ist, indem ich ihn kille. Weil wenn ich ihn nicht kille, dauert es 20 Minuten. Es ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Aber gut, das ist der Akt 5, ne? Der ist einfach lächerlich. Ich weiß nicht, was die damals in Sachen Balancing an der Bon gezogen haben. An und für sich ist der Akt nicht schlecht. Am Anfang war er sogar gut gebalanced. Aber die haben den später so hart verkackt einfach, weil die immer gedacht haben, das muss noch anders gemacht werden, das muss anders gemacht werden, das muss anders gemacht werden. Die haben 20.000 Anpassungen für den gemacht. Und durch die ist der einfach so scheiße schwer geworden. Ich bin tot, ne? Oh, wow. Ich bin tot. Ich bin tot, ne? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das mit den Wurfwaffen ist ja eine Sache, die machst du nicht. Wenn du ein bisschen Hirn im Kopf hast, machst du das von vornherein nicht. Dann hast du auch nie das Problem, dass du plötzlich denkst, Scheiße, der Akt ist zu leicht, ich muss den schwerer machen. Dann balancest du nämlich auf diese scheiß Wurfwaffen. Und da die Wurfwaffen-OP sind, balancest du das Ganze viel zu schwer für die herkömmlichen Waffen. So. So. Solange der zweite Kultist stirbt, ist alles in Ordnung. Okay, kommen wir. Okay. Aber gut, balancing Videos spielen ist sowieso eine Sache, wo ich mir denke, Leute, ist es manchmal wirklich so schwer. Ich meine, das Problem ist ja nicht, dass die Leute das Balancing verkacken. Sie machen es ja tatsächlich richtig, das Balancing, aber mit den falschen Zielen. Und das ist das Problem. Das ist genau das gleiche wie League of Legends, by the way. Riot Games hat genau das exakt das gleiche Problem. Die Balancen an und für sich gut. Aber es ist von vornherein falsch zu sagen, als Ziel sich zu setzen bei League of Legends. Ein Champion ist dann balanced, wenn er 50% Winrate hat. Das macht keinen Sinn, sowas zu sagen. Ich werde dich fressen. Überwollen sie die Möglichkeit, OP zu sein. Das größte Problem, das ich halt mit Titan Quest aktuell habe, ist die Tatsache, dass das Balancing so zerstört ist und das Balancing gut war. Die haben auf dem Fanpatch Balancing aufgepaut und das war verdammt gut. Aber sie haben sich dann halt die falschen Ziele gesetzt und wieder verkackt. Der ist gleich tot. Grimborn bekommt immer noch Balancing-Patches. Ja, Titan Quest ja auch. Alles klar. Ja. Frage für einen Freund. Wo war gerade mein Eichenherz? Eigentlich hatte ich einen Eichenherzmann. Bevor ich gestorben bin, habe ich halt gesehen, dass ich 4k HP habe. Naja, Eichenherzmann einkaufen anscheinend. Richtig. 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 Okay, alle Bolzenfallen sind plötzlich weg. Klingt die Aura nicht aus. Junge... Ich dachte nicht. Die Auren sind ausgegangen, wenn man einen Disenchant bekommen hat. Ich kenne nur einen Disenchant Spell. Und wie der aussieht, weiß ich. Das heißt, ich hätte es bemerkt, wenn der mich gehittet hätte. Alles klärchen. Keine weiteren Fragen? Oh ja, ja. Ja, ich werde Level 54 nicht erreichen in diesem Run. Das ist dann relativ utopisch. Warte, ich werde gleich nochmal sterben, wenn ich das Fass aufsammle. Dann kann ich dann weiterspielen. Ja, ich werde das Fass aufsammle. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Alles klar. Ich will da nicht hin! Junge! Ja, fick dich. Geh, fucking, geh. Du kannst es vergessen. Ähm. Du hast... Ich kann das machen eigentlich jetzt. Gut, wir sind wieder auf der Position. Weißt du, den ganzen Tag heute hat es mir nichts ausgemacht. Aber ab jetzt habe ich wieder das schöne Problem. ...dass ich... ...offensichtlich jedes Mal aus dem Spiel rausgehen muss, wenn ich einmal teleportiert bin. Gut. Schön zu wissen. Das heißt, das können wir gleich ins Ganze nochmal machen. Das heißt, das können wir gleich ins Ganze nochmal machen. Es wird tatsächlich knapp mit der Zeit. Ich hätte es nicht gedacht. Du bringst etwas... ...ich weiß nicht. ...und dann ist es wirklich... ...ich weiß nicht. Ja... ...willkommen, Fremde. Schau dir unseren Laden an. Mein Vater ist der beste Schmied in der Stadt. Nirgendwo findest du... Bis zum goldenen Eber sollte ich relativ gut durchkommen. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber dann habe ich den goldenen Eber das Problem. Alles klar? Bis zum nächsten Mal. Junge. Ganz gemeine Sache. Bis zum nächsten Mal. Okay. Das ist jetzt natürlich geil. Hast du mein... Ach, halt dein... Nein. 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 So. Das kann tatsächlich sein, dass ich heute ein bisschen überziehe, weil jetzt werde ich den Run nicht mehr... kein eigenes Segment mehr anfangen. Ja. Ja. Das war irgendwie klar. Ich hasse Life Rack, by the way, ne? Besonders auf Gegnern. Das war nur die gegnerische Life Rack, die mich da gekillt hat. Die haben mich im wahrsten Sinne des Wortes totgetankt. Weil meine Bolzen fallen einfach nicht genug Schaden machen. Ja, ich würde ganz gerne mich auch mal wieder bewegen können. Ähm, ist... Ist schön. Ist richtig schön, ne? Also, findet ihr auch fair, oder? Ist absolut fair. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum man Unterbewusstsein sich da gerade beschweren will. Rumstehen ist doch super. Vor allem im Speedrun. Ist vor allem geil, dass die Bogenschützen bei uns machen können. Dass wir nicht werfen können, ne? So. Der macht mal einen Abflug. Ja, ihr kriegt mich jetzt nicht. Der macht mal einen Abflug. Achso, ja. Ähm, macht Spaß rumzustehen. Noch mehr Spaß macht's rumzustehen, wenn ich... Okay, jetzt hab ich einen... Jetzt hab ich dich, Junge. Alter. Das größte Problem ist heute eigentlich die Sache, dass ich einen Lebensgewinn nicht hab. Hätte ich meine Bolzenfallen mit einem Lebensgewinn noch zusätzlich healen könnte. Dann hätte ich da noch ein... Ne? Dann hätte ich da noch die Möglichkeit, einfach das ganze... meinen Bolzenfallen tanken zu lassen. Dann hätte ich da noch eine Minute. Dann hätte ich da noch einen Lebensgewinn. Also wäre das ganze Zeit mit einem Lebensgewinn. Ja, also wäre das ganze Zeit. Das ist die Zeit. ok mit unten wieder mehr da haben wir wieder den zubeißer ok Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zweite Phase, weiß ich nicht, wie gut die tanken können Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wie erwartet, erste Phase easy Untertitelung des ZDF, 2020 Ja 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 So, das heißt, ich kann jetzt von hier aus hier rein den großen Shroom wegmachen Da nur drauf achten, wo du hinläufst Das ist das Wichtigste Ausweichen wichtig, aber darauf achten, wo du hinläufst Weil das hier einfach passieren kann Und ich will nicht neben dem stehen bleiben Den Fokus in die Bolzen fallen gerade Ja 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 Ach Ach komm, ich schau nochmal rein Moin Arke Moin Arke Und Moin Saido Sorry Saido, dass ich jetzt was gesehen hab Die Bossfalls sind immer ein bisschen hitzig auf Legendär Euch beiden schönen Dienstag Abend, willkommen im Stream Und Arke Und Arke Ja, ich werde wahrscheinlich sogar heute fertig machen Ja 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 Habe ich zumindest so gerade im Gefühl Ha Ein Mensch Hier unten Du siehst mitgenommen aus Wanderer Du solltest bei uns einkaufen, sonst erwischen dich die Pilzwähen In diesen Tunneln wird man deine Leiche niemals finden So Und Saido, wie man sich ein Segmented Speedrun vorstellen kann Hier bei Titan Curse Im Endeffekt ist es so, dass diese Kategorie mir persönlich und auch allen anderen Runnern, die sie versuchen wollen würden Uns ist die Kategorie zu lang Das heißt, wir haben uns die Kategorie so aufgeteilt, dass wir es zulassen, den Timer zwischendrin zu pausieren Das hat im Endeffekt nur, haben wir uns ein paar Regeln auferlegt, die eben sagen, wie wir den Timer pausieren Dass wir eben beispielsweise sagen, nur an Wiederbelebungsbrunnen, die aktiv sind Das heißt, an der Wiederbelebungsbrunnen, an dem du aktiv bist, wenn du das nächste Mal wieder ins Spiel reingehst Also wenn du einen Charakter lädst, dann kommst du immer am Wiederbelebungsbrunnen raus, der gerade jetzt aktiv ist Das heißt, wenn du sagst, ich darf nur dort den Timer pausieren, wenn ich direkt neben dem aktiven Wiederbelebungsbrunnen stehe Dann hast du schon mal die Positionen richtig Und dann ist es halt immer so, dass wir uns zwar noch zwischendrin bewegen dürfen, aber wir dürfen keinen Progress machen Wir dürfen uns nur dazu bewegen, um eben zu zeigen, wie der aktuelle Progress ausschaut Das heißt, um die Verifikation unter den Segmenten zu behalten Aber ansonsten heißt es, wir können jederzeit an einem Wiederbelebungsbrunnen Pause machen, wenn wir wollen Aber, genau Im Endeffekt müssen wir halt schauen, dass wir keinen Progress auf dem Charakter kriegen, während das sozusagen im Pause-Modus ist Und ansonsten ist es ein ganz normaler Speedrun Ja Das ist Epona Ich habe gar nicht geschaut, wie er heißt, ich habe nur gesehen, bis 200 Zudem muss ich dazu sagen, dass wir wahrscheinlich kein Leader-Bot für diese Kategorie anlegen werden Wir haben werden dich fressen Einfach weil Die Kategorie vom Optimierungs- Grad So So schlecht sind Es ist so ein unoptimierter Run Noch wirklich nicht wirklich gut optimierbar Äh, Arke Ich bin mit meinem Leben am Ende von In Sachen Drop-Luck Ich habe in diesem Run Von drei Akt-3-Telkinen Zwei Sichel des Kronos bekommen Auf Normal und auf Legendär Ich habe vorhin die zweite Sichel des Kronos in diesem Run gedroppt Willkommen zum seltensten Item, das es in Titan Quest gibt, ne? Ja, Level 80 mit 5000 Stärke, 3000 Geschick, ich weiß Dann kann ich die Dual wielden Ganz ehrlich, ich habe in Speedruns Ich bin hier drin Ich habe in Speedruns 5 Sicheln des Kronos bis jetzt gefunden Im Casual Gaming 0 Ich pull die mal kurz ein bisschen raus hier Ich pull die mal kurz ein bisschen raus hier Ist mir sogar relativ lieb gerade, dass meine Lymphe nicht da ist Ja gut, dann pull ich Tür und Wotan Wenn ich dafür gleich nur noch Freya und Balder hab ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ja, klar tankt die ordentlich, die kann nicht sterben. Outsch, Junge. Ja gut, jetzt wo die da oben in der Ecke steht, Freya, äh. Ja gut, jetzt wo die da oben in der Ecke steht, Freya, äh. Ja gut, jetzt wo die da oben in der Ecke steht, Freya, äh. Reset Player Exploit. Ich wusste, dass da im Raum ein Reset Point ist und ich war stuck im Tisch. Es tut mir leid. Man kann diesen Hotkey auch mal dafür verwenden, wofür er eigentlich ins Spiel gekommen ist. Ich weiß, das klingt jetzt nach einem verdammt komischen Konzept. Ihr müsst es nicht. Sabotage. So, den Großen nehme ich glaube ich diesmal nicht mit. Ich glaube ich rush jetzt einfach durch. By the way, Arke, du meintest, dass du relativ weit bist. Bist du schon durch oder bist du noch nicht durch? Falls du durch bist, Endzeit. Ich glaube nicht, dass du 16 Stunden gebraucht hast. Ich glaube du warst schneller. Ich glaube du bist schneller auf der Pace. Abwarten. Du kannst es ruhig schon sagen. Ich muss das doch sowieso am Ende eintragen. Da musst du jetzt auch nicht warten. Ich weiß, dass dieser Run scheiße ist. Ich weiß, dass ich einiges besser machen kann, als ich es gemacht habe. Meine Quests waren komplett unoptimiert. Ich hätte viel besser an die Quests rangehen können. Ich habe zweimal Geheimnisse in den Bergen mitgenommen. Man kann sich mal vorstellen, was das insgesamt macht. Ich meine, gut. Das erste Mal habe ich meine erste Waffe bekommen. Aber 1533, 34. Ja, interessant. Jetzt sterbst du. Also hinten. Du warst relativ schnell auf normal fertig, ne? Ähm. Wir drüben. Das heißt. Wir drüben. Ja, ja, ja. Junge. Ich glaube das Legendary macht schon Bock. Single Segment When. Ich glaube auch, dass Naturgarnerei die bessere Kombination ist. Es war mir fast klar. Es war mir fast klar, dass es den jetzt auseinanderfetzt. Ich habe es kommen sehen. Allein schon dieser... Gleich morgen als erstes. Abfahrt. Mal abwarten, wenn wir das Ganze mit den... Ich sage es mal so. Wenn wir das Ganze noch optimieren, mit den Nebenquests, dass wir wissen, wann wir welche Nebenquests mitnehmen und wenn wir dann mal tatsächlich einen Lucky Run haben, dann sehe ich den Bereich um die zwölf Stunden. Das klingt immer noch eine Menge, aber das ist tatsächlich im Single Segment Bereich. Wo auch immer du gerade langläufst. Das wird auf jeden Fall mit ewiger Ehre verbunden sein. Ja genau, Ehre bei allen Leuten, die es interessiert. Wollte ich auch gerade sagen. Wir haben einen unerwarteten Gans. Hm. Äh. Maybe sollte ich hier unten lang laufen. Dann hier durch. Du hättest wirklich nicht herkommen sollen. Bist du sicher, dass du weißt, für wen du gerade kämpfst? Manchmal sind Leute sich selbst der schlimmste Feind. Sollte nicht den Chat lesen. Ja, Grease Lightning ist schwierig. Jetzt habe ich so ein fucking Kristall Golem reingezogen. Was machst du? Alles klar. Auf jeden Fall. Ach, da ist sogar mein Doppelgänger. Da hat Mimi sogar wieder aufgepasst. Äh, ne oder? Ich habe jetzt einen Doppelgänger hier reingezogen. Das kann jetzt dauern, Leute. Das kann jetzt richtig lang dauern. Ich habe eigentlich... Ne, weißt du was? Sorry. Das trage ich nicht. Das trage ich so nicht. Kann ich so nicht tragen. Das vorhin war ein Scherz. Natürlich wurdest du erwartet. Manchmal sind Leute sich selbst der schlimmste Feind. Kristall Golem schön und gut. Wenn ich einen Kristall Golem reinziehe, dann sei es so. Aber... Okay. Es bringt doch nichts, wenn ich einen Kristall Golem reinziehe. Ich mache dem Ledgetat keinen Schaden. 100% Immunität. Immun gegen Durchschlagsschaden offensichtlich. Ich mach dem nicht mal Schaden mit. Bitte was? Wie soll ich Mimir killen, wenn da ein Kristallgolem dazwischen hängt? Schlicht und ergreifend nicht möglich. Mein Doppelgänger klebt mir jetzt auch wieder am Arsch. Wenn ich den Wille mit reinziehe, habe ich wieder das gleiche Problem wie gerade eben. Ich kann die Kristallgolem nicht killen. Ich kann sie Letchett nicht killen. Das heißt, selbst wenn ich... Welcher ist es? Ist mir scheißegal welcher. Das ist mir eine Bolzenfall und hauen auf alle drauf. Dankeschön. Aber früher oder später muss ich gegen Mimir sterben. Weil irgendwann treffen die mich einfach. Alter, wie mies ist das denn bitte? Ja, 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 bitte, bitte noch mal kurz tauschen und direkt in das Ding reintauschen. Danke. Junge. Aka, hattest du auch so Spaß mit Mimia? Der ist ja mal komplett abgehoben, ey. Ja, alles klar. Ey, kein... Keine Chance. Das eine Kristall-Golem killt alles. Ohne das Golem wäre es ja noch wenigstens erträglich, aber... Es ist einfach not playable. Was machst du? Lenk ich mir an? Wie sind meine Freunde? Oh, 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 oh. Wenn ich mir gekillt habe, habe ich dem Kristall-Golem 2% Schaden gemacht. Hey, ernsthaft? So. Ja, doch so viel. Ganz wildes Konzept, Schaden zu machen. Äh, Jungs? Äh, Jungs? Gut. Schaden ist nur der Film der Industrie. Die Gegner sind echt scheiße. Ich mag diesen Abschnitt nie. Ich mag diesen Abschnitt nie. Ja, ich deal-level jetzt mal schön auf 54 glatt runter. Das heißt, Level 55 ist definitiv nicht mehr möglich. Ähm, geile Sache. Aber, ich bin weiter bei... Die kommen nicht mehr an die Raum. Ja, ich glaub's auch, dass ich den einfach clearn muss jetzt. Tatsächlich dauert's für mich gar nicht mal so lange, den zu clearn, den Abschnitt. Ich hab, by the way, neben dem Helm, äh, hab ich noch was geiles gefunden, Arke. Ja. 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 Achso, ja. Gut. Dann gehen wir wieder nach draußen. Ja. 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 Alles klar. Ja. Ja, dürfte ich langsam mal hier... Oh, danke. Beim 20. Anlauf darf ich endlich mal diese Wurzeln aufmachen, auch wenn ich immer noch nicht durchlaufen darf. Ich frage mich, was mit dieser Stelle los ist. Es tut mir leid, aber es sieht nicht so aus, als ob das so gewollt ist. Ja, ich bin wieder tot, weil ich das Spielergrab nicht aufheben darf. Ah. Finally. So, mal schauen, wie oft ich gegen Nidhück ins Gras beiß. Ich meine, es sind nur noch vier Gegner, ne? Es sind nur noch vier Gegner und laufen. Hm. Oh! Oh! Ich meine, das Gute an Nytok ist, dass der so groß ist, ne? Das heißt, ich kann die Bolzen fallen unter ihn werfen und der wird halt einfach geshotgunnt. Ich meine, du siehst auch den Lebenskraftschaden ticken von meinem Ring, ne? Das ist halt einfach... Ich bin nicht drüber. 125 kann ich drüber. Ich mach den jetzt fertig. Bringt nix noch ein Segment aufzumachen. Ich glaube, das wird ab jetzt nötig. Primär 66% Feuerwiderstand. Eat some of that. Das heißt, das einzige, was mir jetzt noch groß gefährlich werden sollte, sind die L2 tun. Aber die halt physischen Schaden machen, neben Feuerschaden. Aber solange ich an den L2 tun vorbeikomme, sollte ich relativ safe sein. Gut, Loki wird halt noch ein böses Ding. Was hat denn die für ne Risi? ! . . . . . . . Okay. Hey! 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 Aaaaah! Hey! Hey! Say, hey! Okay. Lauf drüber. Ja gut. Ja gut. Gleichzeitig die und Ilva ist ein bisschen fies eventuell. Gleichzeitig 20 Yertum und Ilva. Könnte ein bisschen gemein werden. Problem ist aber, die sind jetzt so aufgesteckt, dass ich sie nicht mehr kiten kann. Steht neben mir. Guck doch hin, Junge. Du hast nur noch zwei Gegner vor dir. Ja. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich hier nicht mehr durchkomme. Aber jetzt komme ich hier kaum mehr durch ohne zu sterben. Ja, ich muss pushen. Das kann ich so nicht verantworten. Das heißt, ich muss es pushen. Ja. 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 Der macht mich alleine nass. Ich verliege gegen eine Trash-Unit one on one. Ich verliege gegen eine Trash-Unit one on one. Alles klar, Leute. Äh, ich bin tot. No way, dass ich das überlebe. Da sind fünf. Fünf sind genug, um mich zu one-shotten. Ja. 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 Ja, wie gesagt, einer alleine macht mich nass. Bereitet euch mal darauf vor, dass ich ca. noch eine halbe Stunde brauche. Es tut in der Seele weh, das zu sagen. Wenn man bedenkt, wo ich gerade stehe. Aber unter 200 Toden gehe ich hier nicht raus. Ja, ich bin wieder tot. Ich kann kein Estimate geben, wie lang es dauert, Lartin. Surt wird wahrscheinlich relativ gut von der Hand gehen, da gebe ich dir recht, Rake. Aber zu Surt werde ich wahrscheinlich auch relativ gut hinkommen. Der Weg zu Surt dürfte auch nicht unbedingt einfach sein, aber er ist machbar auf Anhieb. Das größte Problem ist halt wirklich einfach die... Ist halt der Loki-Fight. Äh, sorry, Ilva-Fight, glad ich. Wie kannst du ein Mädchen angreifen? Sind wir keine Freunde? Die hat ja richtig viel gebracht jetzt. Ja, also so wie die gestackt sind vor Ilva, keine Chance. Ich wüsste nicht, wie ich das hinkriege. Anders als so, wie ich es gerade gemacht habe. Ledget keine Chance. Hör auf! Du machst einen Fehler! Wow! ich hatte gehofft dass es 16 30 30 minuten schaffbar ist aber ich bin genau an der stelle die ich so befürchtet hatte bevor ich den run gestartet habe oder dieses segment besser gesagt dass ich genau an eine stelle kommen wo ich mir denke eigentlich will ich das segment fertig machen aber ich weiß dass das segment mir zu lang ist wenn ich es vorher gewusst hätte wie lange das segment wird hätte ich zwischendurch pausiert aber ich bin genau an dem punkt wo ich jetzt weiß das kann mich jetzt noch locker eine halbe stunde dauern ach so ja so So, Loki, jetzt heißt es du oder ich und lass den Hund da raus. Ja, gut. Loki halt, ne? Ich glaube, das da müsste gehen gegen Loki. Heilt der sich? Wie kannst du ein Mädchen angreifen? Super einwandfrei. Werfen ein paar Bolzen fallen hin, die machen den Rest. Ja, komm. Danke. Ach so, ich war noch nicht mal tot. Oh Gott, ist Loki ekelhaft. 150 Tode haben wir. Dann Modern Warض, der ist ja nicht eingebrochen. Es ja auch nicht mehr. Man Platte haben wir, wenn nicht mehr scharfpassen. Aber ja, wir können auch wieder Wie ist denn der bitte am eskalieren, ey? Alter, Junge. Alter, Junge. Das ist nur bis level 65 Level, du mich auch. Alter, Junge. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so schnell bin, wie ich sein sollte. Ah, bin ich tatsächlich nicht. Ich werde immer wieder mal gebremst, okay. 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 Oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Erste Phase ist die schwierige, weil in der ersten Phase macht er tatsächlich noch physischen Schaden mit. Du winziges Ding! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Herzlich willkommen beim Endboss, by the way, ne? Was ist das? Ich verreck dreimal auf dem Weg hierher und den locker aus der Hüfte. Du hast, es wird wohl Zeit. Das ist, das kannst du echt keinmal klären, so. So, so kacken einfach. Loki ist der eigentliche Endboss in dem Game. Yo. 16, 36, 13. 16 Stunden, 36 Minuten, 13 Sekunden. Danke für die GG's. Moine Wiga hoch. Schönen Dienstag, dir willkommen im Stream. Ein paar Sachen werde ich noch abschließend machen. Wir haben eine 16, 36, 13. Und ich muss auch mal auf irgendeinem Schwierigkeitsgrad gerade rein. Ich muss nämlich die Anzahl der Tode konfirmen. 151 Tode. Machen wir mal im Single-Segment drin. Jikes. Jikes. Das glaube ich ja nicht. So. So. Das habe ich hier. So. Was ich auf jeden Fall dann hier noch machen kann, offiziell, ist TQ-Stats-Eigenschaften. Runs. Runs. 1. Ja. Nicht ganz Ausrufezeichen. Okay. Wir sind durch. So. Und damit für die Leute, die jetzt on-Stream sind, wird das ein bisschen komisch werden. Typische YouTube-Art-Moderation, falls euch daran gefallen hat, haut einen Daumen nach oben rein. Und ja, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Runs machen. Das heißt, da werden noch ein paar weitere Titan-Quest Glitchless Legendary-Videos kommen. Würde mich also freuen, wenn ihr auch weiterhin am Ball bleibt. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal.